Klasse Publikum in Blitzhausen, toll wie ihr die Mädels anfeuert. Franziska Heiz, die Läuferin im Roten, zwei Pfeiler, Vendel, die Region Karlsruhe, ist sie hier. Er ist in der Trennung. Jetzt muss ich kämpfen. Und die Leute, Frieden heran. Da sei es nicht ganz so, die Klasseuhe, die Platz 2 können sich sichern. 40,12. Bye. Bye. See you again.